Ja, alle guten Dinge sind drei. Drei Versuche pro Woche. Ich hoffe, das reicht jetzt auch mal, weil ich habe auch keinen Bock mehr. Ich bin auf eine interessante Theorie gestoßen und die besagt, erst die drei sei durchschaffen, dann den ganzen anderen Scheiß machen. Ich teste das mal. Ich halte das für absoluten Schwachsinn, aber ja, was soll's. Eins, zwei, sollte nicht sein. Er macht einfach fünf, sechs, macht das hintereinander. Ich schaff's nicht. Zwei, eins, wie oft er das schafft. Ich schaff's nicht einmal. Sieben ist stark. Sieben seid aus der Folge, Alter. Da solltest du eigentlich schon monatlich von Blizzard bezahlt werden, wenn du das schaffst. Drei, so, dann dreimal nach rechts drehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann knien. Beten. Und Atago. Kassel! 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 Huh.